Die Engel haben heute eine ganz besonders wichtige Einladung für dich. Und los geht's nach dem Intro. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann du dieses wichtige Video siehst. Denn es ist wirklich wichtig. Die Engel haben jetzt etwas veranlasst, beziehungsweise schon vor einigen Monaten veranlasst, was so wichtig ist, dass Erzengel Marielle, der Engel unserer höchsten Potenziale, ein neundimensionales, großartiges Wesen sich höchstpersönlich darum bemüht hat, dass er sich darum kümmern möchte. Und wie ich diese Aufforderung nochmal an mich gemacht habe, hat mir heute gesagt, der Udo, du musst dieses wichtige Ereignis nochmal thematisieren. Das kam klar als Botschaft rein. Denn da draußen sind Menschen, die brauchen das. Für die ist das, was du da machst, so wichtig. Denn es ist unser Auftrag. Es ist der Auftrag der Urliebe-Lichtquelle. Es ist der Auftrag der Engel. Für all jene, die ihr volles Potenzial leben wollen, die in Zukunft Negatives und Unglücke vermeiden wollen, die wahrhaft alle Chancen in ihrem Leben wahrnehmen wollen, und zwar auf der materiellen, ideellen und natürlich spirituellen Ebene. Die wirklich sagen, ich will die Erleuchtung. Ich gebe mich nicht mit ein bisschen zufrieden, sondern ich will alles. Für diese Menschen haben wir das zur Verfügung gestellt. Und ich kann euch sagen, das können nur wenige Menschen jetzt erleben. Denn nächstes Jahr, im Mai, ist dieses Ereignis. Dieses großartige Ereignis findet drei ganze Tage in Graz statt. Und du hast die Möglichkeit, übrigens Barbara Masur, die ich hier erwähnen werde, in diesem Text zu diesem Video, die hat ja auch einen ganz tollen Kanal, möchte ich sagen, an dieser Stelle, liebe Barbara, auch mal gucken, Seelengeflüster Barbara Masur, wird auch dort sein, mit einem spannenden Vortrag und mit toller Begleitung und Möglichkeiten. Also, ihr werdet dort einiges bekommen. Es ist das Sternenkinder-Seminar. Sternenkinder-Seminare deshalb, weil wir alle Sternengeborene sind, wir sind aus Sternenstaub gemacht. Und damit du diesen Zugang zu den Sternen, zu deiner Erleuchtung wieder bekommen kannst, die Engel werden ihn hier eröffnen. Für mich ist das Wichtigste, wirklich das Wichtigste Seminar, das ich seit 2013, also in den letzten elf Jahren gegeben habe. Es gibt kein Wichtiges. Es hat Premiere in Graz. Du kannst einer der Ersten sein, die dieses Seminarprogramm live erleben. Es ist ganz neu, es ist komplett neu kreiert für dich. Du kannst einer der Ersten sein, die die Schlüssel zur wahren spirituellen Erleuchtung in die Hand bekommen. Du solltest dich anmelden. Oben in der Infobox oder unten im Beschreibungstext findest du den Link zu diesem unendlich wichtigen Ereignis. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Liebe und Licht. Bis bald in Graz. Und natürlich bei den nächsten Videos. Udo Golfmann. Tschüss.